Herzlich Willkommen zurück zum neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Forspoken. Wir sind das letzte mal hier stehen geblieben an dem Maulberg oder der heißt Anders Rosen, Wacholderquell sowas. Aber da können wir noch nicht rein. Entweder müssen wir erst die anderen Dinger besuchen oder das ist die letzte Magie die uns noch fehlt. Und wenn wir die dann freigeschaltet haben, können wir auch das freischalten. Keine Ahnung, ist auch fraurigerweise nicht wirklich relevant für uns aktuell. Da komme ich hier hoch irgendwie. Das wäre natürlich richtig nice. und ich glaube, dass ich das auch hier habe. Das war euch damit. Also, was ich hier gehört? War hier irgendwas interessant? Äh, hier läuft so viel Stuff rum. Eigentlich wollten wir hier zu der Kiste, ne? Das ist nevrotz. Ich versuche die hier ins Feuer zu locken, aber funktioniert das mal nicht so gut. Es hält sich selbst. So, dann haben wir das auch besprochen. Okay, auf jeden Fall in die Festung, da in die Richtung schon mal laufen. Was war hier oben? Hier oben ist noch ein Genozister. Ach komm! Ach, geh bitte, dass da auch keiner runterkommt. Da fliegt du. Ach komm, guck mich an. Ist das immer noch der eine große? Guck mich an. Nicht getroffen, leider. Guck mal. Ich habe jetzt zwei. So, spuck mich an bitte. Okay. Das sind zwei. Du bist der dritte. Du bist der eine. Du bist der dritte. Du bist der dritte. Du bist der dritte. Du bist der dritte. Ich bin der dritte. Ich bin der dritte. Ich bin der dritte. Ich bin der dritte. Hm? Soll ich so. nicht getroffen meine fresse ich will das jetzt abschließen da unten sind irgendwelche Kokopille oder irgendwas das sieht uns jetzt gerade nicht wirklich was zur hölle soll das ich will nicht challenge 100% da unten war die festung machen wir ja 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 Geht sie ja noch weiter in mir Also die Spawnen ist Das war's, sehr gut. Ich glaub das war gut. Eins, zwei, drei, vier, ja alle fünf, sehr gut. So, verlassen. Ich hab extra versucht die Ulti aufzuheben für den, ich dachte mir schon, dass da noch so ein Ritter kommt zum Schluss. Und den einfach finishen. Da ist noch so ein Mana. So die ich noch mitnehmen und dann in die Festung rein und die normal clearn. So. 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 Wie. So. 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 nicht mehr. Das ist nur die Fahne. Dann kommst du nicht mehr so schnell raus. Obwohl ich gar nicht mehr auf Angriff geklickt habe. Ja, funktioniert dann einfach nicht mehr. Irgendwas interessant ist. War ich vergessen oder? Achso, das war schon voll. Hier ist noch eine Kiste und dann geht es dahinter. Ich will eigentlich nur die Kiste und weg. Oh, Feder ist natürlich sehr gut. Reicht, wenn wir eigentlich hier dran vorbeilaufen? Wir brauchen da gar nicht mehr rein. Hier sind wir wieder zur Bogenschützen. Okay. 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 Ah! ... Da ist der Lassi gekommen Das war's für heute. Das war's für heute. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wo ich den Damage herbekommen habe. Hat er durch die Wand durchgeschossen? Hier unten lag auf jeden Fall noch was. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch nicht einsammeln konnte. Hier auf dem Tisch liegt auch was, aber ich bin schon voll. Okay. Abgeschlossen haben wir... Ach, das haben wir schon abgeschlossen. So. Und das ist die Mine. Okay. Wappen. 15 mal wappen wären wir ja hingekommen. Was werden wir machen, wenn wir da statt sind, dann können wir sicher aufwerten. Da fehlt noch was. Ja, mit den Fäusten habe ich noch nicht wirklich viel gemacht. Okay. Dann machen wir mal das. Dann machen wir hier das. Ja. Ich glaube, es macht Sinn, das dann wieder so zu machen, im letzten Gebiet von der letzten Tanta, die Wasserzauber dann alle zu verbessern. Bis dahin werden wir jetzt versuchen, schön, unsere Feuer hochzustecken. Hier noch das Dach. Hier hinten noch das Dach. Okay. Oh, okay. Die Pilze sind halt ganz nett, weil dann können wir halt plus 4 machen, ne? So wie ich das jetzt gesehen habe. So, oben ist ein Pfister. Aber eigentlich haben wir alles im Gebiet, ne? Was, lass die Kiste machen. Hupsch! Und dann porten wir uns mal zu einer Zuflucht. Dann fangen wir nicht drüber. oh jetzt kommt wieder der Sturm hier fehlen auf jeden fall noch zwei Sachen hier hatten wir alle Fragezeichen da ist ja noch eine Fiste da ist ja noch ein Brunnen hier wären wir wieder im anfangsgebiet dann würde ich hier hinten weitermachen in dem gebiet fehlt uns noch einiges schnellreise wieder nicht möglich weil wir hier noch im ding sind hier aus der city raus der brunnen würde mich schon am meisten interessieren das heißt von hier rauslaufen oder von hier oben ist die frage ob man hier runter kommt ob man hier rauf laufen kann das ist halt die frage ich glaube ich würde hier in die zuflucht laufen hier hier du schaust nach oben und er schaut nach unten geil es helf ich selbst Das war schon wieder. Ah! 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 Und dann ist es sehr weit oben. Aber da drüben konnten wir doch hochspielen. Ja, ok. Also ich weiß es immer noch nicht. Ist das jetzt abhängig davon wie viele Gegner man killt oder ist das ein Zeitintervall? So, wir können uns ja jetzt porten. So, dann reisen wir hierher und dahin. Und wir haben ja neun Gefährten, den wir mal kurz befrüsten. Und wenn ich dich hier kraule? Ich glaube wir können was kosten. Ja, es kann sein, dass jetzt hier wirklich das Maximum erreicht ist. Dann nehmen wir noch Healing Pushen voll und dann... So. Warum ist da noch ne einzige hier? So. 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 ich dachte wir sind hier beim felsen das könnten wir gebrauchen da haben wir echt mangel gerade schauen wir mal was hier ist hier hinten ist auf jeden fall das riesen groß hier kann man wahrscheinlich so hoch und ja ich wollte kurz schauen, welche magie, da gibt es keine präferente ja ich wollte schauen ob die vielleicht, obwohl das anfangsgebiet ist, ob die nicht doch irgendwie eine schwäche haben für eines der neuen elemente, was wir vorher nicht gewusst haben, weil wir ja nicht wussten welche, wir haben es zwar geahnt durch die blau, die farbe blau, dass es sich im wasser handelt, aber es hätte auch sein können, dass die hier irgendwie dann eine besondere schwäche dafür haben gegen wasser oder wasser, aber wo ist jetzt die tiste, hier unten irgendwo felsengras, das ist hier da, wo wir gerade den größten mangel haben und dann geht es auf zur 3, zum Fotospec und der ist da oben, ok kommt man hier auch hoch? wahrscheinlich nicht, oder? ok hm na 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 eigentlich würde ich schnell noch die piste dahinten holen wenn er sich gerade wegbewegt jetzt stellt sich dann langsam die frage gibt es mehr federn oder als man verwenden kann weil irgendwie stand im maximum aber es kann auch sein wenn man wieder neue dinge finden was ist denn sogar noch die beste option das jetzt hat der hat mir sogar ein leben gekostet ganz schön knapp ja 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 ich ja das war das mal ein lassen mannig ist die gebührend hat und geht schon gut dann da kommt er her so, wir sind zum Kloppen kommen da haben wir wirklich gerade den größten Mangel da ist die frage ob man da auf dem wasser auch surfen kann, das wäre natürlich nice aber ich denke nicht unten ist wieder so ein drachen das Mana nehme ich natürlich mit auch wenn ich nicht mehr das Gefühl habe wir brauchen jetzt noch mega viel von dem Mana Zeug ja es fehlt noch mindestens eine Magieform oder Farbe keine Ahnung wie viele Farben es gibt aber wenn ich mir das Rad anschaue gibt es vier Slots für die Grundmagie also hier das Rad mehr nicht also gehe ich davon stark aus dass es nur noch eine Magieart gibt da nur noch eine dazukommt sagen wir mal so könnte natürlich sein dass es dann noch mehr ist aber aber so ganz glaube ich dass nun nicht dass da jetzt noch noch mehr wie drei und noch mehr wie eine andere Art es gibt hier ist da drinnen da können wir hier rein ja unser Maulbär ist dann Stufe 1 das war Rosen ist dann Stufe 2 ok rot und rosa ok passt zusammen Wachholger ist dann Stufe 4 so neuer Zauber erlernt Leuchtfeuer ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit das deine Ausdauer schneller wieder auflädt durch das durch das du aber leichter zu entdecken bist ok 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 Karte 2 2 wäre aber hier in der Nähe Das der noch trifft, das ist so frech Da hinten ist auch noch eine, also eins Das ist so frech 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 Keine Ahnung, entweder ist das unsauber programmiert, aber an der Mini-Kante Keine Ahnung, kilometerlange Klippen kann man hoch springen, aber hier an der Kante kommt sie nicht drüber Ich sage, kann ich auch hier rumlaufen? Schauen wir mal auf der Kante Ja, theoretisch schon Ich glaube das ist so frech Ich habe eine Menge für die Das ist so frech das im vergleich und vorher die 13 3 cm hohe klippe kommt sie nicht schon das kann doch nicht sein ja 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 Das war's. Das war's. In dem letzten Gebiet, wo wir waren, war fast gar nichts mehr in Mana, was rumlag. Das war's. 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 Unnötig. Das war's. 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 Warum hat's. Das war's. 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 ok, da ist noch reingesprungen unser Vorteil gewesen ich habe ja kein Festallfall langer sonst würden hier noch zwei Kisten ach komm ja 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 ich gehe im Haus einmal auskommen bitte ja 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 Ich bin so f***ing, eh. Ich bin so f***ing, eh. die schön durch die lava laufen lassen ist das jetzt eine Bärenattacke? dass der immer noch lebt, der kleine Weh so, gibt es noch irgendwas? hier unten nicht mehr aber hier gibt es eine Herausforderung, oder? na, schauen wir mal jetzt wieder da ganz rauf klettern da habe ich überhaupt keinen Bock selbst hier müssen wir noch kilometerweit klettern hier 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 Vielen Dank. ob das da überhaupt so ein herausforderungschallenge ist könnte gut sein schauen wir mal was zur hölle soll das ich bin nicht ganz sicher so vorsichtig also es gibt wieder durftbewohner die wir beschützen müssen ok wo wir sind die durftbewohner das wird was das wird was noch mehr ja 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 Das wird gerade, das war da, ich stehe jetzt nicht mehr so. Wir sollen das alleine schaffen zu Ist schon unrealistisch, ist es schon Ja Natürlich die nächste Welle Die Feuerwand, dass du da nicht siehst, das ist so geil Ausrichten Natürlich kommt hier wieder so ein Flugscheiß angeflogen Sehr realistisch, sehr geil Das ist so geil und komm, steh auf ist ja lächerlich, dass da noch eine Welle kommt what? noch größer? also größer? noch größer? ja 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 achtzig tausend punkte ja, das Ding hat ja auch wieder nichts mit irgendwie geilen Pins zu tun, das ist einfach nur Masse und dass die so schnell auf einen zukommen, ist ja auch irgendwie pain du hast gar nichts davon das ist da oben und das ist da hinten dass die so schnell kommen und du noch nicht einmal deine Zauber-Cooldown fertig hast, das ist halt pain hier ist so ein Bild Erinnerungen, ok ein Bild von Zeile aus alten Zeiten die Haut nach unterschwelliger Bedrohlichkeit hat sie sich schon recht früh angeeignet das heißt eigentlich, du müsstest dann die letzte Welle auch noch clean um die achtzig tausend voll zu bekommen und ich mach schon ganz gut damn it, wir haben relativ viel gefangen auch ne dann spring doch weg wenn ich auf die Truppe die schlacht um die burg paineos so, warte haben wir jetzt das Dorf hier lootiert weise ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht dass wir seine Sp Kirkmal advisorsnen ist mit einem bla es ein und 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 das brauchen wir am meisten aktuell oben sind wieder so glückviecher wieder zu weit weg da ist er da ist er das ist irgendwie im effekt wirklich dass die falschen leute angewählt werden also falsch angewählt also ich habe dreimal versucht das ziel zu ändern und jedes mal ist er zurück gesprungen alles klar lasst doch das ziel angewählt er wieder gesprungen entweder ist irgendwas mit dem neuen patch nicht in ordnung geht es doch nicht warum springt er denn jetzt auf einmal so das ist ja sowieso schon nervig dass du jedes ziel extra anwählen musst dass er dann nicht automatisch wählt wenn er down geht so 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 ich finde auch die oßen laufen ich sehe gerade wir sind schon recht weit fortgeschritten in der folge ich würde sagen wir beenden erstmal die folge und wir machen dann in der nächsten folge genau hier weiter und danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal servus bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal